Und Schulz, Sie sind für die Sicherheit des Gastes verantwortlich. Am besten Sie engagieren einen vertrauenswürdigen Mittelsmann vor Ort, der Ihnen im Auge behält und Ihnen laufend Bericht erstattet. Ja, bis dann. Halt den Mund! Vorsicht! Was habe ich denn da gesagt? Ich will jetzt nicht wissen, was ich gesagt habe, sondern was ich jetzt sagen würde. Was ich gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das alles drei gesagt, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich tippe auf C. Alles gut, ist nichts passiert. Halt den Mund! Vorsicht! Alles gut, ist nichts passiert. Das war super, weil ich habe sofort einen Outtake produziert. Ich habe lachend abgebrochen, weil ich mir sicher war, dass ich zu spät losgelaufen bin. Und ich kam mir so blöd vor, so Action, Action. Und dann habe ich ihn rumgerissen und musste so anfangen zu lachen. Und der Regisseur, das war der Steffen, hat gesagt, ja super, das wäre es gewesen. Das sah gut aus. Und ich dachte mir, oh nein, was für ein toller Einstand. Geht gar nicht. Du darfst ja echt nie eine Szene abbrechen, weil du kannst es nicht beurteilen. Manchmal fühlst du dich total bescheuert und es ist super oder andersrum. Und ja, schoss mir dann gleich das Blut in den Kopf. So, oh nein, nein. Kardinalfehler, Anfängerfehler, geht gar nicht. Aber wir haben es da hingekriegt.